Da willst du rein? Ja. In goldenen Handschuhe. Ja. Da gehen auch normale Menschen rein. Soldaten Norbert, Tampon Günther, Cola Rum Waldraut, Nasen Ernie, Dorncat Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens, middags, abends Dorncat trinkst. Und heißt Max? Nee, Peter. Frag die da, wenn man so was trinken möchte. Nee, wäre es mir zu hässlich. Und wer sind Sie? Herr Honka. Verstickt ihr da so? Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honka. Herr Honka weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist. Und deshalb erkläre ich ferner Herrn Honka, meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass er sie vernaschen darf. Und? Hast du aber noch was auszusetzen? Was? Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt. Erstens, um was Schlimmes zu vergessen. Zweitens, um was Schönes zu feiern. Und drittens, wenn mal nichts los ist, dass was passiert. Hallo. Denk auch an mir. Denk auch an mich. Jünger, bald wieder. Bald wieder. Hey! Wunderschönen guten Abend, Gidale. Wunderschönen guten Abend, Gidale. Ich bin ein bisschen rauer, aber stark. Bis zum nächsten Mal.